Hallo und willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal. Heute spielen wir Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Und ja, das habe ich gerade vom Bildschirm abgelesen. Wir machen ein neues Spiel. Den aktuellen Schwierigkeitsgrad können Sie jederzeit in den Gameplay-Entstellungen ändern. Guckt mal kurz weg. Oder Moment. Genießen Sie das aufregende Leben des berühmten Detektivs. Stellen Sie Ihre detektivischen Fähigkeiten auf die ultimative Probe. Das hat er jetzt nicht geklickt, oder? Sie haben einen wichtigen Satz in Ihrem Dialog verpasst? Kein Grund zur Sorge. Im Notizbuch finden Sie das Dialogprotokoll mit allen Gesprächen, die Sie führen. Ich muss aufpassen, was Sie sagen. Oh mein Gott. Wenn Sie F1 drücken, erhalten Sie Hilfe zum Gameplay oder zum Interface. Alles klar. F1. Sie ist da oben. Okay. Linke Maus hast du zum Fortfahren. Jagdgründe. Linke Maus ha. Linke Maus. Linke Maus. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, 48 Stunden zuvor. Kamina ist gerade nur so vor oder ruckelt er das Bild zwischendurch mal? Oh, verzeihen Sie. Störe ich Sie etwa? Nein. Kommen Sie doch rein, Mrs... Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Nicht Sie braucht Hilfe, Watson. Ich... Um was geht es dann? Ach, der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu. Und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Ach, um Himmels. Armer Junge. Komm rein. Wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Mr. Bouvier? Nun, ich... Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon wen, stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun, Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtiggehend asozial. Und, naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn. Durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtert. Ich bin doch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen. Also gut, dann. Vielen Dank, Miss. Warum bist du hier? Nun sag, Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, in der Zeit. Führen Sie Ihre Charakteranalyse durch, indem Sie sich nach den wichtigen Details konzentrieren. Und folgen Sie was. Und folgern? Ich war zu langsam. Gegrötete Augen. Binnenhautentzündung. Hat kürzlich geweint. Hat kürzlich geweint. Hat kürzlich geweint. Binnenhautentzündung. Tom ist 87 geboren. Tom ist 8 Jahre alt. Alles klar. Fürsorgliche Eltern. Ja. Das ist fürsorgliche Eltern. Karte von London. Kann eine Karte lesen und verwenden. Ja, ist ja unglaublich. Arm deformiert. Fehlbildung. Ich glaube, er verletzt in der Zeit. Das hier möchte ich nochmal ändern in hat kürzlich geweint. Das erscheint mir ein bisschen... Merke ich nicht. Also W-Taste. Bestätigen. Ungenaue Analyse. Tom ist 8 Jahre alt. Seine Kleidung ist abgetragen und mehrfach sorgfältig gepflegt. Toms Eltern sorgen gut für sein Wohlergehen. Seine blasser Hautlister muten, dass er unter Mangelernährung leidet. Er sieht traurig aus und hat gerötete Augen. Er hat vor kurzem geweint. Das ist das, was wir vermuten. Okay. Äh, sein Name. Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Äh, verschwunden. Verschwunden also. Was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Wann genau hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor drei Wochen. Er hatte einen neuen Job angenommen. Aber diesmal war er seltsam und wütend. Okay. Seltsam? Inwiefern? Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht hier wegzugehen. Ihnen muss etwas zugestoßen sein. Hm. Vor drei Wochen. Das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt. Ich komme schon alleine klar. Wenn sie mir weiß aus, dass... Aus... Dass der Aussage ihres... Äh... Ähm... Wie konntest du nur? Du und dein Vater schweben in Gefahr. Du hättest viel früher zu mir kommen müssen. Ich hatte Angst. Ich habe keine Familie. Und ich kann sonst nirgends hin. Wenn unser Vermieter merkt, dass mein Vater weg ist, rift er mich aus der Wohnung. Tom, du warst sehr umsichtig. Wir bewahren Stillschweigen. Wenn doch nur meine Mutter hier wäre. Oh. Legen wir los. Wie lautet eure Adresse, Tom? 12 Dorset Street. Erster Stock. Tür E. In White Shapoose, Sir. Aber ich habe kein Geld, um sie zu bezahlen. Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein, die ich brauche. Ich werde dich dort retten. Oh, vielen Dank, Sir. Okay. Dann müssen wir gleich da, glaube ich, hin. Ich werde mir ein bisschen rumschreiben und dekorieren, damit ich mich besser hinsetzen kann. Gucken wir uns erst mal hier um. Was haben wir denn hier? Tab. George Hurst verschwinden. Verschwinden, untersuchen. Okay. Ich muss da hin. Ja, alles klar. Okay. Ich habe vorhin ein sehr großes Archiv. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenarchiv, was ich habe. Na, kann ich hier? Oh, Karte. Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Ja, dann mach es doch auf. Eine Karte. Hallo? Eine Karte von London und Umgebung. Hm. Könnte nützlich werden. Hunger habe ich scheinbar nicht. Äh, hier ist auch nichts. Hier ist ein Hund. Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Watson? Armes Kind. Holmes, Sie sollten ihm helfen. Ja, ja, ja. Ich helfe ihm ja gleich. Was habe ich denn noch? Alles klar. Oh, das ist aber ein großer Fall, wieder an dem er arbeitet. Oder gearbeitet hat. Ja, dann. Gehen wir nochmal gucken. Kann ich irgendwie rennen? Oh, hier ist eine Leiter. Kann ich die Leiter hochgehen? Nein, kann ich nicht. Schade. Gut. Oh, yeah. So, äh, tap. Untersuchen Sie das verschwinden von Toms Vater, George Hurst. Untersuchen Sie die Wohnung von George Hurst und 12 Dorset Street. One, äh, ne, erste OG, Tür E. Okay. Äh, Whitechapel. Da muss ich hin. Ach so. Das ist die Reisefunktion. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt hinlaufen müssen. Davon bin ich ausgegangen. Naja, gut. Ähm. Dann halt nicht reise. Äh, dann halt nicht laufen. So, Sie können in den Gameplay-Anstellungen festlegen, ob beim Laden der Standartbildschirm angezeigt werden. Oder, das war zu schnell wieder. Diese Straßen sind zu eng für Kutschen. Ich muss laufen. Ja, alles klar. Oh, hier sieht es schon nicht gut aus. Whitechapel High Street. Ähm. Whitechapel North Street. Ja, das sieht schon nicht gut aus. Ich arbeite und kann nicht an die Tür. Alles klar. Schade. Klemmt, ne? Hm. Zwielichtige gestalten. Dorset Street. Gucken wir mal, was hier passiert. Keiner zu Hause. Okay. Ne. Auch keiner zu Hause. Gehen wir mal weiter gucken. Hier liegt einer auf der Straße rum. Achso. Wir sind in der Kneipe. Okay, der ist besoffen. Alles klar. Hab ich verstanden. Ja, Hausnummer 4. Ja, alles klar. Hab ich auch verstanden. Als ob ich fremd bin. So, Dorset Street. Ja, wunderbar. Und zu welcher Hausnummer müssen wir? Wir müssen, äh, Hausnummer 12. 14. Mal klopfen. Nee, okay. Kein Punkt. Also kann ich hier nicht interagieren. Oh, 13. Hier kann ich auch nicht interagieren. Das ist die Nummer 12. Aber ich klopfe erstmal gegen... Na, oder auch nicht. Interaktionsmöglichkeiten hier. Ah, 16. Ich erwarte keinen Besuch. Oh, das habe ich auch verstanden. 11. Er klopft übrigens gegen die Luft. Das ist niemand zu Hause. Okay. Mal hier rumgucken. Dorset Street. Ja, alles klar. Oh, mit dem wir reden vielleicht? Nein. Ähm... Oh, hier ist eine Alpha-Wand. Nice. Oh, reingeht. Wunderbar. So, und jetzt hier umgucken. Was haben wir denn hier? Oh, nee. Nicht rausgehen, Junge. Wir sind auch gerade alles drin. E. Äh, erste OG. Müssen wir ja. Gut. Und jetzt hier Tür E. Ich denke mal, das ist ein Markierter. Hier leben wir, Mr. Holmes. Alte Kleider. Das ist ein Stück Papier. Ja. The old... Tabard pub. The best choice... Of beers and ales and winechapel. Located on North Street. Da standen wir eben schon vor. Alles klar. Ich glaube, er ist sich ein Trinken gegangen. am iPhone. Look bare. you You You